Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Martin Scharschmidt und ich bin aus dem Customer Service von MASH Software Solutions. Ich möchte Ihnen heute unser neuestes Produkt aus unserer Dokumentenmanagement-Familie, den CM Studio ECM Server, vorstellen. Der CM Studio ECM Server verbindet die klassische Dokumentenmanagement und E-Mail-Archivierung in einer unternehmensweiten Informationsdatenbank. Nehmen Sie sich bitte nun einige Minuten Zeit und ich werde Ihnen CM Studio ECM Server in seinen wichtigsten Funktionen live präsentieren. Wie Sie sicherlich aus Ihrer eigenen Tätigkeit wissen, geht heute in der Kommunikation mit Kunden, beispielsweise bei Angebotserstellungen, kaum noch etwas ohne die dazugehörige E-Mail-Kommunikation. Es ist äußerst unüblich inzwischen, dass ein Geschäftsmann ein Angebot noch per Post oder per Fax versendet, sondern in der Regel werden E-Mails versandt und das entsprechende Angebot, was Sie in Ihrem ERP-System geschrieben haben, entsprechend als Anhang beigefügt. In unserem Beispiel zeigen wir Ihnen jetzt hier, wie Angebote, die entsprechend bereits archiviert sind, auch verknüpft werden sollen mit den dazugehörigen E-Mails, damit die gesamtelektronische Akte entsteht und wie diese E-Mails nun, die ja natürlich bereits im CM Studio E-Archiv-Server archiviert sind, auch in das Dokumentenmanagement des ECM-Servers aufgenommen werden können. Hierzu klicken wir auf den Ordner Angebote an Kunden bzw. unsere Hersteller. Wir klicken hier auf Bearbeiten des Ordners und Sie kennen sicherlich die Überwachungsfunktionen des CM Studio DMS-Server. Also der klassische Import von Dokumenten, von PDF-Office-Dokumenten und allem, was Sie ansonsten auch archivieren wollen, funktioniert in der Regel entweder über die Überwachung einer FTP-Quelle, wie in unserem Beispiel, oder durch die LAN-Überwachung, also die Überwachung eines Netzwerklaufwerkes, von dem die Dokumente importiert und dann ins Archiv übernommen werden. Hier ist jetzt die Neuerung und Erweiterung des CM Studio ECM-Servers gegenüber unserem Produkt CM Studio DMS-Server. Sie haben in Zukunft auch die Möglichkeit, eine E-Mail-Mailbox zu überwachen und einzelne Ordner aus dieser Mailbox in das Dokumentensystem und in den DMS-Ordner zu synchronisieren. Wir klicken hier nun einfach mal auf E-Mail-Mailbox-Ordner und wir sehen, dass dort schon die erste Auswahl erscheint. Wir wollen nun in unserem Dokumentenmanagement-System sämtliche E-Mail-Kommunikationen, die rund um unsere Angebote, die ja bereits archiviert sind, auch entsprechend in das DMS-System aufnehmen, um die E-Mail-Kommunikation auch mit den entsprechenden Angeboten aus unserem ERP-System zu synchronisieren beziehungsweise zu verbinden, um auf diese Art und Weise die Stärken des CM Studio ECM-Servers, die elektronische Aktenbildung auch voll ausnutzen zu können. Dazu kann ich über die Funktion E-Mailbox-Ordner überwachen, alle Mail-Konten unseres Systems entsprechend einzeln auswählen und innerhalb der Mail-Konten die notwendigen Ordner der jeweiligen Mailbox entsprechend auf Synchronisierung stellen, so dass die dort erfassten E-Mails automatisch in den richtigen DMS-Ordner innerhalb des ECM-Servers übergeben werden und man dann die Aktenverknüpfung bilden kann. Ich wähle hier in diesem Falle meine eigene E-Mail-Adresse aus und klicke jetzt hier mal auf mein Aktenkabinett, also auf meinen Aktenordner-Bereich. Ich gehe in den Unterbereich MS-ITEC in den Vertrieb und wir sehen, hier ist jetzt mein Ordner, wo ich üblicherweise meine E-Mail-Angebote an Kunden ablege und den kann ich hier anklicken. Diesen Vorgang kann ich nicht nur für eine Mailbox machen, nicht nur für einen Ordner oder ein Postfach innerhalb meiner Mailbox, sondern dieses kann ich für alle E-Mail-Archiv-User, die entsprechend über CM Studio e-Archive archiviert werden, vornehmen, so dass wir im DMS-System des ECM-Servers, also E-Mails von verschiedenen Anwendern, von verschiedenen Kollegen zusammen konsolidieren können aus den unterschiedlichsten Ordnern der jeweiligen Mailboxen und somit ein konsolidiertes Archiv wirklich aufbauen können. Hierbei ist eins zu beachten, dass natürlich der jeweilige Anwender, also mein Kollege beispielsweise, wenn ich mir jetzt hier die Liste ansehe, mein Kollege Oliver Reich, muss dem zustimmen. Das heißt, wenn ich seine E-Mails als Administrator unseres ECM-Servers auch in das elektronische Archiv übernehmen möchte, dann müssen diese auch entsprechend seine Zustimmung finden. Das heißt, wenn ich jetzt hier abspeichere, ich wähle hier nochmal mein Konto aus, ich habe hier den entsprechenden Ordner ausgewählt und sage jetzt speichern und schließen. Jetzt erfolgt von dem ECM-Server eine entsprechende Anfrage an mich als User der Mailbox und ich muss im Prinzip die Freigabe für die Synchronisierung erteilen. Wir sehen, dass hier nicht automatisch E-Mails einfließen. Das dauert sowieso durch den zeitlichen Ablauf ein paar Minuten unter Umständen, bis die ersten E-Mails einfließen. Aber die Synchronisierung kann nur stattfinden, wenn der jeweilige Anwender, Kollege, über eine Opt-in-Funktion, die er per E-Mail-Benachrichtigung bekommt, der Synchronisierung zwischen seiner E-Mail-Mailbox und dem DMS-System des ECM-Servers zustimmt. Wir starten nun unser E-Mail-Client. Dabei ist es unerheblich, ob wir ein Novell Groupwise oder ein Microsoft Outlook verwenden, um jetzt zu überprüfen, ob denn wirklich der CM Studio ECM-Server mit seiner DMS-Komponente uns auch entsprechend bezüglich der Freigabe des E-Mail-Ordners angefragt hat. Und wir sehen schon hier, dass die entsprechende E-Mail inzwischen eingetroffen ist. Ich mache mal einfach mit einem Doppelklick das Fenster auf. Und Sie sehen, es ist eine kurz und knappe E-Mail, in der gebeten wird, dass man die entsprechende Freigabe erteilt mit einem sogenannten Hashcode. Sie müssen schlicht und ergreifend nun einmal auf das System draufklicken, also auf den Link. Und Sie erhalten nun die Bestätigung, dass der E-Mail-Ordner freigegeben wurde. Dies ist schon alles. Dann können wir wieder in unsere Bearbeitung zurückspringen und wir werden auch gleich sehen, es dauert nur wenige Minuten bzw. Sekunden, bis dann die ersten E-Mails aus meinem entsprechenden E-Mail-Ordner zur Verfügung stehen. Wir sehen nun auf unserem Bildschirm, dass unsere Einführung der E-Mail-Synchronisierung zwischen meiner Mailbox und meinem Angebotsordner und unserem Angebotsordner im DMS-System erfolgreich war. Wie wir hier sehen können, haben wir jetzt verschiedenste E-Mails der letzten Tage bereits im System synchronisiert. Vorhin waren es lediglich die klassischen Dokumente, die angezeigt wurden, aber inzwischen sind die E-Mails auch mit in das System eingeflossen, wie Sie hier an dem E-Mail-System, an dem E-Mail-Symbol erkennen können. Jede dieser E-Mails können Sie nun ganz klassisch wie ein Dokument im Dokumentenmanagement-System bearbeiten. Sie haben die Möglichkeit, auf der einen Seite sich die E-Mail in der Vorschau anzusehen, das heißt, diese E-Mail wird dann ganz normal mit dem Viewer von CM Studio e-Archive entsprechend aufgebaut. Sie haben hier auch die Möglichkeit, die Header-Informationen gegebenenfalls Anhänge mit einzusehen, aber Sie können jetzt auch über den Bearbeiten-Button die E-Mail DMS-mäßig bearbeiten. Wir machen das einmal noch kurz. Wir öffnen Sie und wir sehen, Sie können jetzt diese E-Mail mit Zugriffsrechten versehen. Wir können sie einzelnen Benutzern zuordnen. Wir können die Verschlagwortung, wie Sie sie aus dem ECM-Server und dem DMS-Server auch kennen, vornehmen. Das heißt, eine Kategorie belegen, ein Belegdatum, ein Posteingangs- oder Postausgangsdatum versehen und natürlich auch, wer das Ganze erfasst hat. Bitte beachten Sie, dass diese Suchmaske von Ihnen frei definiert werden kann, dass dies hier unser Beispiel ist und Ihre entsprechende Verschlagwortungsmaske natürlich ganz anders aussehen kann. Zu dem Thema verknüpfte Dokumente und elektronische Aktenbildung haben wir ein gesondertes Kapitel angelegt und Sie können sich dieses Videotutorial auch gerne getrennt ansehen. Abschließend möchten wir noch einen Aspekt der Synchronisierung zwischen DMS-Ordner und CM Studio e-Archive archivierten E-Mails betrachten. Was ist, wenn Sie innerhalb Ihres Unternehmens die Abteilung wechseln beziehungsweise wenn Sie Verantwortlichkeiten wechseln und Sie als Mitarbeiter nun nicht mehr weiter möchten, dass der entsprechende E-Mail-Ordner aus Ihrer Mailbox mit dem ECM-Server und dem darin befindlichen Dokumentenordner synchronisiert werden. Sie haben ja in dem Laufe dieses Videotutorials gesehen, wie Sie dem Ganzen zustimmen, dass Sie also die Synchronisierung per Opt-in-Funktion freigeben können. Und selbstverständlich haben wir auch vorgesehen, dass beispielsweise zu einem späteren Zeitpunkt eine entsprechende Zustimmung auch wieder zurückgenommen werden können. Dazu müssen Sie sich schlicht und ergreifend als User in das Backend-System einloggen. Sie können entsprechend dann auf die Moduloption CM Studio e-Archive Server wechseln. Sie sehen, hier sind jetzt einige der Mail-Konten angezeigt in unserem Beispiel. Ich öffne jetzt ganz bewusst meine eigene Mailbox und wir erhalten dann entsprechend das Setup dieser Mailbox. Und was Sie hier sehen, ist jetzt, dass man auch auf die Mailbox-Ordnerstruktur zugreifen kann. Und Sie sehen schon, hier gibt es eine Spalte Freigabe für DMS. Wir werden jetzt einmal etwas weiter runterklicken. Sie sehen, ich habe hier für mehrere Ordner auch entsprechende Freigaben bereits erteilt. und dementsprechend möchte ich auch überprüfen. Hier ist der einzelne Ordner wahrscheinlich schon entsprechend angelegt. Ich muss dieses nur an der richtigen Stelle finden. Ich glaube, wir sind etwas zu schnell gewesen. Ja, hier ist jetzt der Ordner, den ich während unserer Session freigegeben habe, E-Mail-Angebote an Kunden. Diese Freigabe können Sie jederzeit durch Abklicken des Häkchens in dem Checkmark und Speichern und Schließen zurücknehmen. Das heißt, wenn ich jetzt auf Speichern und Schließen klicke, wird keine der weiteren E-Mails mehr, die in diesen Ordner innerhalb meiner Mailbox wandern, an den ECM-Server synchronisierend weitergegeben. Wir machen das einfach mal schlicht und ergreifend und ab sofort kann ich wieder sicherstellen, dass entsprechend keine E-Mails aus meiner Mailbox in das DMS-System des CM Studio ECM-Servers übergeben werden. Damit können wir sicherstellen als Softwareanbieter MASH Software Solutions, dass Ihr System immer von der Zustimmung der einzelnen Mitarbeiter abhängt und dass hier auch die Datenschutzrichtlinien korrekt eingehalten werden.